Unser nächster Präsenter ist 15 Jahre alt und kommt aus der Perle Deutschlands. Seit vier Jahren ist er im Jugendzentrum Chazak und freut sich sehr bei der Eurovision dieses Jahr zum aller allerersten Mal mit dabei auf der Bühne zu sein. Bitte einen ganz herzlichen Applaus für Benjamin Soloway. Wow, 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 Leute! Was geht? Wow, 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 wow. Wow, was für eine krasse Show, was für ein krasser Abend. Ehrlich, so eine Juro habe ich noch nie erlebt. Und ich muss sagen, ich war schon fünfmal auf der Juro, aber bis jetzt immer nur als Zuschauer. Doch dieses Jahr hatte ich die Ehre, bei Chazak Hamburg mitzumachen. Und, und auf jeden Fall, ich muss sagen, es ist nochmal ein ganz anderes Feeling, wenn man beim Act dabei ist. Mit den Leuten hier, mit den Leuten, mit denen man den Act vorbereitet hat. Und ja, Trainingszeiten und so, ne. Irgendwann mal, man hat keine Lust mehr, man ist kaputt, man will nach Hause. Und auch hier auf der Juro, man darf nicht so lange wach bleiben, mit seinen Freunden bis drei Uhr nachts auf dem Flur chillen, sondern man muss Power haben für die Juro halt. Aber eins muss man dazu sagen, am Ende weiß man, es hat sich gelohnt. Das war es wert, hier mitzumachen. Mittlerweile hat die Juro eine ganz besondere Bedeutung für mich. Vor allem, weil ich dieses Jahr auch mitmachen durfte. Und es ist eines der krassesten Events, auf das man sich jedes Jahr freuen kann. Aber was auf jeden Fall noch krass wird, ist der nächste Act. Deswegen, ein Mega-Applaus für das Debüt. Jutze Lefechat Osnabrück!